Irgendjemand, der das sieht hier und ich so ein Scheißquatsch hier, der wird mir denken, was ist das für ein Vollspack, aber auf die Fresse. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Uhuhuhu, motherfuckers, motherfuckers, was ist hier? Oh, Mann, guck. Oh, das wird nicht... What the... Hat er Augen im Rücken? What the fuck, motherfuck, wow, wow. Und neue Maske. Nigel, nigel. Jawoll. So machen wir das in Pillepop-Town hier. Ah, lass mich in Ruhe. Kein Butzex. Den Dicken kann man nicht fisten. Und das, was man nicht fisten kann, ist schlecht. What the fuck? What the fuck? Fuck. What the fuck? Erst holen die mich hier hin, ich musste extra aufstehen und diese Socken anziehen und jetzt... Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, na, na. Traust du dich? Ah, die Levels werden richtig hart inzwischen, finde ich. So, jetzt aber. Juhu. Habe es geschafft. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, Mann. Wo kommt der her? Okay, das hat gut geklappt. Wo kommt der jetzt her? Und zwei Sekunden später fällt er um. Surprise, bitches. Da kann man nicht durch den Brunnen durchlaufen, da ist doch genug Platz. Fuck. 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 Die Musik ist ja mal geil. Schön redet. Schön redet. Ach, wird Retro-Style. Ups, 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 ups. Da muss man Reflexe wie ein Panther haben, haha. Stan ist witzig, klingt komische Sprüche raus, wenn er hier verkackt die ganze Zeit. Aber der Hund, der hätte uns aufgeschlitzt, wie ein räudigen Hund. Alter, du hast Probleme. Kannst hier doch nicht alles brechen und dann auf einmal anzünden. Die Masken kann ich... Ein Dart. Da laufen Kerle mit Maschinengewehr rum und ich soll mit dem kleinen Dart werfen, oder was? Get out of my face, asshole. Hä?